Hey und willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Schön, dass du auch wieder mit dabei bist. Es gibt mal wieder einige News zum kommenden Apple-Event, zum iPhone 14 und zu einem weiteren Apple-Event. All das und vieles mehr in der heutigen Folge der Apple News. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Los geht's wie immer nach dem Intro. Dieses Video wird präsentiert von Bandwerk. Wenn ihr auf der Suche seid nach hochwertigen Produkten aus Handarbeit für eure Apple-Produkte, schaut euch auf jeden Fall bei Bandwerk mal um. Zum einen gibt es eine große Variation an Apple Watch Armbändern. Zum Beispiel dieses limitierte Armband, was ich richtig gerne trage. Oder auch die Collection aus Safiano Lea. Da gibt es dann auch passend eine iPhone Case oder auch diesen AirTag Anhänger. Somit wertet ihr eure Apple-Produkte auf jeden Fall nochmal deutlich auf. Und das Gute ist, bei den Apple Watch Armbändern könnt ihr auch direkt bei der Bestellung die passenden Adapter und Schließen auswählen, sodass es halt alles passend zu eurer Apple Watch ist. Den Link findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Schaut euch das auf jeden Fall einmal an. Los geht's jetzt mit dem ersten Thema iPhone 14. Und ja, allzu lange ist es ja nicht mehr hin. Dann werden wir auch schon die Keynote zum iPhone 14 sehen. Und an dieser Stelle blende ich euch nochmal dieses Bild ein. Denn ich finde das fast einfach die Features des iPhone 14 Pro oder auch Pro Max nochmal gut zusammen. So haben wir da auch nochmal einen guten Überblick, was jetzt schlussendlich auch neu ist. Wie zum Beispiel die dünneren Displayränder, die pinförmige Notch, das Always-On-Display, der A16 Bionic, die Kamera, 8K Video und natürlich auch der leider teurere Startpreis. Haben wir in den letzten Episoden immer schon so ein bisschen thematisiert. Ganze 100 Dollar sollen die Pro-Modelle wahrscheinlich teurer werden. In Deutschland wird der finale Preis dann natürlich nochmal, ja, auch ein gutes Stück teurer werden. Ich bin mal gespannt, was dann wirklich der Preis hier in Deutschland für die Pro-Modelle sein wird. Aber günstig wird es auf jeden Fall nicht. Also, falls ihr überlegt euch ein iPhone 14 Pro oder Pro Max zu holen, spart lieber noch ein bisschen, würde ich sagen. Bei der letzten Folge haben wir auch schon so ein bisschen darüber gesprochen, wann die Keynote zum iPhone 14 sein könnte. Dort hieß es vielleicht am 6., vielleicht am 7. September, also nochmal deutlich früher als sonst in den vorherigen Jahren. Jetzt hat sich mal Gürmer nochmal dazu geäußert, der ja eigentlich für ziemlich zuverlässige Informationen steht. Und er sagt auch, ja, höchstwahrscheinlich wird die Keynote am 7. September stattfinden, bei der Apple dann unter anderem die iPhone 14 Modelle vorstellt. Also iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max. Aber auch Apple Watch Modelle wie die Apple Watch Series 8, die Apple Watch 8 Pro und auch womöglich eine Apple Watch SE. Das haben wir auch schon so ein bisschen thematisiert in den letzten Monaten. Also, da könnte auf jeden Fall einiges Spannendes kommen. Ich halte euch hier natürlich immer auf dem Laufenden. Und das Apple Event wäre auch so ein bisschen anders. Zum einen ist es deutlich früher, aber auch an einem Mittwoch. Sonst ist es immer an einem Dienstag gewesen. Und hier sagt man Gürmer, das liegt daran, dass am 5. September der sogenannte Labor Day in den USA ist. Das Ganze ist ein Feiertag. Und der Dienstag wäre dann sozusagen als Reisekart gedacht. Und die Veranstaltung würde dann am Mittwoch stattfinden. Und das Ganze ähnlich wie die WWDC, also auch vor Ort soll ein Event stattfinden. Und natürlich wie üblich in einem Livestream auch mit den coolen Überblendungen, mit den ganzen Animationen und so weiter. So wie es halt auch schon bei der WWDC war. Und am Ende des Events soll man vor Ort dann auch die Produkte direkt sehen können. Also da können wir uns auch direkt schon auf Hands-on-Videos freuen. So wie es auch schon vor Corona dann immer war. Und auch wie gesagt bei der WWDC. Meiji Q hat sich auch nochmal dazu geäußert, warum es jetzt auch nochmal früher sein soll. Das ist zum einen, um jetzt bessere Zahlen fürs September-Quartal zu erreichen. Und eine frühere Markteinführung der Produkte würde Apple auch nochmal vor noch schwierigen Auswirkungen bezüglich der Rezession dann schützen. Also ob das jetzt so viel bringt, diese ein, zwei Wochen, mal schauen. Aber scheinbar ist es wohl in diesem Jahr wirklich nochmal deutlich früher. Und wir haben immer noch die Corona-Pandemie, wir haben immer noch die Chip-Krise, wir haben eine Inflation. Also da kommt einiges zusammen. Deswegen vielleicht jetzt schon mal deutlich früher. Ich bin auf jeden Fall auch mal gespannt, in welcher großen Stückzahl die Geräte direkt zum Launch verfügbar sind. Ob es da sofort als Ausdruck drauf ist oder ob genügend Modelle dann da sind. Laut Mark Gurman soll dann auch die Batterielaufzeit bei den iPhone 14 Modellen nochmal deutlich steigen. Und hier hat er jetzt noch keine genauen Zahlen genannt, aber das war ja auch schon immer in den letzten Jahren so. Ich denke aber, dass gerade die Pro-Modelle hier nochmal deutlich stromsparender sind aufgrund des neueren Chips. Ich weiß nicht, wie es bei den normalen 14 Modellen sind. Ich werde das natürlich dann vergleichen und ich halte euch dann definitiv auch auf dem Laufenden. Das war also das erste App-Event, jetzt aber es soll auch noch ein zweites App-Event in diesem Jahr folgen. Und das war auch teilweise in den letzten Jahren schon der Fall. In diesem Jahr wahrscheinlich dann wieder im Oktober. Unter anderem soll es hier um neue iPads und neue Macs gehen. Und hier zum einen das iPad der 10. Generation. Das haben wir uns in den letzten Folgen hier auch schon mal angeschaut mit so ein paar CAD-Zeichnungen. An dieser Stelle blende ich euch hier nochmal aufgrund der CAD-Zeichnungen so ein paar Konzepte ein, wie es aussehen könnte. Also es wird ein Redesign geben, ein kantiges Design. Die Kamera auf der Rückseite wird ein bisschen anders sein. Und des Weiteren wird auch das Display größer sein, ein 10,5 Zoll Display. Aktuell haben wir hier ein 10,2 Zoll Display. Der Kopfhöreranschluss wird wegfallen, 5G wird es geben. Und vermutlich wird der A14 Bionic Chip verbaut sein. Darüber hinaus gibt es dann wahrscheinlich auch das iPad Pro mit dem M2 Chip. Hier ist jetzt allerdings noch gar nicht so viel bekannt, außer dass jetzt halt der neue Chip verbaut wird. Also es nochmal mehr Leistung geben wird. Und vielleicht könnte auch MagSafe dazu kommen. Was auch noch möglich wäre bezüglich der Macs, dass hier auch ein neues MacBook Pro 14 und 16 Zoll kommt. Dann mit dem M2 Pro und M2 Max Chip. Das wurde auch schon so ein bisschen thematisiert. Laut einem aktuellen Bericht soll wohl TSMC auch schon mit der Fertigung dieser Chips bis Ende des Jahres beginnen. Deswegen könnte es auch sein, dass es womöglich erst etwas später kommt. Aber ich halte euch wie gesagt hier auf dem Laufenden, wenn es weitere Infos zu diesen Geräten gibt. Und ja, schreibt mal gerne in die Kommentare, was denkt ihr zu diesem neuen iPad. Das könnte auf jeden Fall ganz spannend werden. Also zu dem normalen 10. Generation iPad ohne Pro oder sonst was, sondern das einfache Standard-iPad. Ich muss sagen, gerade als Schüler oder Student könnte ich mir das in diesem Design und mit diesen Funktionen sehr gut vorstellen. Das soll es aber auch schon wieder von dieser Episode gewesen sein. Ich bedanke mich WM fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen ganz schönen Tag und schaut auf jeden Fall morgen mal das Video an. Es war wirklich sehr, sehr viel Arbeit. Es geht um einen Polestar 2 Performance, also um ein Auto, um ein E-Auto um genau zu sein. Es würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr das Video abcheckt. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.